Chances will ever come, but if you're stuck in Square One Coldplay und Square One an einem sonnigen Samstagnachmittag Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Primetime am Samstagnachmittag hier auf der 92.4 Und jetzt muss ich erstmal Hallo sagen und zwar zu mehreren Menschen Einmal Buongiorno an alle lieben Italiener da draußen Einmal Dobri Djinn, Hello Gudeg Dann haben wir hier noch Djindobre, Borundia, Buenas Dias, Dobaradran, Jambo, Bonantagon, Bonjour und Labadiena Was immer diese Sprachen auch, ja oder was immer das auch für Sprachen sind Ich hoffe diejenigen die es erreichen sollten haben es verstanden Herzlich Willkommen liebe Nationalitäten hier in München zum Fußball-WM-Beginn Gestern, das war doch wirklich ein richtiger WM-Traumstart oder? Die Welt hat in München gefeiert und über 35.000 Menschen waren im Olympiapark beim Fanfest Und das wird heute auch ein Thema bei uns sein, wir sprechen über das Fanfest im Olympiapark Ein bisschen Ska für den Samstagnachmittag hier auf Radiofeierwerk in der Primetime Blue Killer aus ihrem aktuellen Album Back to Scatalonia und der Titel hieß Top City Man Ja, ich hätte jetzt hier eine kleine Vorstellung für euch und zwar von einer Band Und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass diese Band so toll sein kann Ich weiß nicht, ob von euch auch ein paar letzten Samstag, also am letzten Wochenende am Nachmittag Auf dem Königsplatz waren, da fand ein Konzert statt, da wollte ich eigentlich gar nicht so unbedingt hin Bin aber dann doch mitgeschliffen worden und muss sagen, es war wirklich toll Die Wise Guys waren in München Wise Guys sagen jetzt vielleicht wenigen Leuten was Aber vielleicht der Titel Jetzt ist Sommer Der war ja vor drei Jahren in den Charts, aber so richtig Den ganzen Sommer wurde der auf allen Radiostationen und Fernsehstationen in Deutschland durchgespielt Ihr wisst schon, jetzt ist Sommer Aber sie haben noch ein paar andere Lieder drauf Also sie singen nicht nur Jetzt ist Sommer, sondern sie haben ein ganzes Album aufgenommen Das nennt sich Radio, ist seit ein paar Wochen neu im Handel erhältlich Und das haben sie letzte Woche auf dem Königsplatz vorgestellt Und ich muss sagen, das Konzert war wirklich klasse Zum einen, weil natürlich die Sonne endlich mal wieder geschienen hat Und das Gott sei Dank an diesem Samstag letzte Woche Zum anderen, weil das Publikum einfach so generationsübergreifend war Also von kleinen Kindern, von Sechsjährigen, Untersechsjährigen durften ja nicht auf den Königsplatz Hat die Stadt ja so entschieden Aber über Sechsjährige saßen da auf den Schultern der Eltern und haben mitgeklatscht und mitgegrölt Also von den Kleinkindern über Jugendliche, über ältere Jugendliche Über schon etwas ältere Menschen, so ab 35 aufwärts Und sogar Rentner sind auch umgestanden Also richtig generationsübergreifend Eine tolle Musik kann ich nur empfehlen Die Wise Guys aus ihrem aktuellen Album Radio Hören wir uns jetzt auch einmal einen Titel an Der so richtig zu diesem Wetter da draußen passt Ich schenke euch ein paar Sonnencreme-Küsse von den Wise Guys Schönen Samstagnachmittag in der Primetime Gleich sprechen wir über das Fanfest im Olympiapark Und zwar mit Arno Hartung Er ist der Pressesprecher des Olympiaparkes in München Einen schönen Nachmittag wünsche ich euch Das Gefühl hab ich so vermisst Wenn man vergisst, welcher Wochentag ist Dres Deliquentes heißt der Titel Und die Musik kommt von den Deliquent Habits Hier auf Radiofeierwerk 92.4 in der Primetime An einem schnuckeligen Samstagnachmittag Und ja, wir haben eine kleine Aktion heute hier bei uns in der Sendung Kennt ihr oder könnt ihr eine Fremdsprache sprechen? Ja, also zum Beispiel vielleicht Polnisch, Französisch, Spanisch, Mexikanisch Und ihr könnt all unsere lieben Freunde, die aus der Welt gekommen sind Hier nach München zur Fußball-Weltmeisterschaft grüßen Dann anrufen unter 72488488 Könnt ihr einen Willkommenssatz, einen Begrüßungssatz in einer Fremdsprache Dann jetzt anrufen, das wollen wir nämlich hören Wir wollen nämlich unsere lieben Freunde aus der ganzen Welt grüßen Wie es ja so schön heißt, zu Gast bei Freunden, die Welt zu Gast bei Freunden Und wir wollen sie grüßen und ihr bekommt dafür von mir einen Musikwunsch 72488488 Wenn ihr uns einen Begrüßungssatz in einer Fremdsprache sagen könnt So, und wir schaukeln uns mal kurz ans Meer Ach, ist das schön, oder? Ich meine, Sonnenschein in München ist zwar auch was Schönes Aber dabei am Meer zu liegen, mit ein paar Palmen, mit einer Sonne Mit einem Cocktail in der Hand Das ist doch schon viel schöner Und für all die, die es heute, an diesem Samstag, nicht ans Meer geschafft haben Wir denken uns einfach mal ans Meer Mit den Fantastischen Vier Und ihrem Tag an Meer Und unser Tag am Meer dauert zwar leider nur vier Minuten Aber dafür entspannen wir einfach ein wenig Schönen Samstagnachmittag hier Auf der 92.4 Radio Feierwerk Ihr seid in der Primetime Mit mir, dem Dominik Und wir unterhalten uns gleich über das SORF-Festival in Bad Aibling 1649 Minuten haben wir's Die Zweiraumwohnung Auf Radio Feierwerk 92.4 Nimm mich mit Am besten ans Meer Und wie Sie wollen, ins Abenteuer Liebe 17 Uhr und 18 Minuten ist es Ja, das ist die Primetime am Samstagnachmittag Wir begrüßen unsere Freunde aus aller Welt Und eine junge Dame will uns dabei helfen Nämlich die Kessi Kessi, grüß dich Hallo, grüß dich Kessi, woher rufst du an? Ich ruf aus Schwabing an Studentenwohnheim Studentenwohnheim Genau Was studierst du? Kommunikationswissenschaft Allerdings nimmerlang Weil ich bin gerade mitten in den Magisterprüfungen Und möchte dir auf dem Weg auch alle grüßen, die heute die schriftliche Klausur geschrieben haben Heute am Samstag? Ja, am Samstag Die spinnen ja wohl jetzt schon am Wochenende Hast du ein Sommersemester, Kessi? Oder kannst du doch den Sommer relativ gut ausruhen? Äh, also ich habe ja gesagt Prüfung und so Also das war heute Ich hatte schon was zu tun den Sommer So ist es nicht mehr Also du kannst den Sommer nicht wirklich genießen? Nee Du, du rufst an, weil du uns helfen willst, unsere Freunde aus der Welt zu grüßen Genau Ähm, und in welcher Sprache? Äh, auf Tschechisch kann ich was sagen Ja, dann leg mal los Vita me was Mhm, hört sich schon mal gut an, was heißt das? Äh, herzlich willkommen Ah, und dann hast du mir vorher noch einen Satz gesagt, was war das nochmal? Ähm, Ahoi, Dobriden, hallo, guten Tag Also, ich kann noch mehr Sprichst du richtig Tschechisch? Äh, ich lerne es im Moment, ja Du lernst es gerade? Dann sag doch mal am besten Hallo liebe tschechische Freunde, ihr seid auf Radio Feierwerk und ihr hört den Dominik Ahoi, Mladi, Czeski, Pratele, Stena Radio, nee, Slicite Radio, wie Feierwerk, ah, äh, Slicite Dominik Ja, super, Applaus Ja, aber du bist ja schon relativ gut, wie lange lernst du jetzt schon? Ja, schon das dritte Semester und ich mache jetzt so einen Intensivsprachkurs im Sommer, also dann soll es noch besser klappen Das heißt, zum Studium dazu, ähm, lernst du auch noch Tschechisch? Ja Ja, eine tolle Sache, Czeski Wie hast du gestern die Fußball-Weltmeisterschaft erlebt, Eröffnungsspiel, hast du sie angesehen oder bist nicht so der Fußballfan? Äh, ich habe gestern gelernt Immer das gleiche Das letzte Tor von Frings habe ich gesehen, das war sehr spektakulär Das letzte Tor Mhm Ansonsten nicht viel Ja Na gut, dann bist du Fußballfan oder? Weniger Weniger Aber du wirst schon so, beim Endspiel wirst du ja schon auch vom Fernseher sitzen Ja, sicher Gut Czeski, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende Mein Musikwunsch, darf ich dir noch anbringen? Ja, natürlich, du kannst ihn sogar anmoderieren Oh, und nun kommt er, All I Need Darauf freuen wir uns, ja, ein schönes Wochenende und viel Spaß beim Lernen, Cassie Ja, dankeschön, tschüss Und viel Glück bei den Prüfungen Danke Tschüss Ja, hier sind er, All I Need Und wenn ihr auch in einer Fremdsprache unsere Freunde aus der Welt grüßen könnt und wollt, dann anrufen unter 72488488 Es gibt auch einen Musikwunsch und hier der Musikwunsch für die Cassie Er und All I Need Passend zum Wetter 17 und 21 Minuten, ihr seid in der Primetime Schönen Samstagnachmittag wünsche ich euch Naja, also Fensterplätze bis zur nächsten Eiszeit Das wird es heute Abend wohl nicht geben Bei der Socceria in der Buddha Lounge in der Leopoldstraße Wo unsere Band-DJs DJ Dondado und DJ Benny Bianco live auflegen werden Und wir übertragen live ab 19 Uhr von der Leopoldstraße Weitere Einzelheiten dazu gibt es gleich DJ Dondado ist davor noch hier bei mir im Studio und wird mit mir kurz über den heutigen Abend Und vor allem über die weiteren Wochen sprechen Denn das ist ja kein einmaliges Ereignis, sag ich mal, heute Abend Sondern wir übertragen ja vier Wochen lang jeden Samstag dort von dieser Buddha Lounge Was euch da erwartet, gleich mehr dazu von DJ Dondado Jetzt erstmal gute Musik, wenn ich hier aus dem Fenster raus sehe Kommt eine richtig schwarze Wand auf München zu Ein richtiges Gewitter wird uns gleich hier in München überraschen Und wir wünschen uns Sonnenschein Sunshine Spatter, John Martin hier auf Radio Feuerwerk 24 Nochmal ein wenig zum Entspannen Nutzt sie noch aus, die letzten Sonnenstrahlen Und holt euch ein bisschen Bräune ins Gesicht Schönen Nachmittag hier in der Primetime Noch bis 18 Uhr mit mir, dem Dominik Die Wise Guys auf Radio Feuerwerk Radio aus ihrem aktuellen Album Radio Und wer letzte Woche am Königsplatz nicht dabei war Der hat wirklich was verpasst Tolles Konzert, aber sie kommen ja sicher wieder Spätestens im September nach München So la la, 17 Uhr und 57 Minuten Liebe Radio Feuerwerk-Hörer Das waren wieder zwei Stunden Primetime für heute Nächste Woche ist für euch hier wieder René Weinrich Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder Euch jetzt erstmal eine schöne WM-Woche Einen schönen Abend Heute Abend, wie gesagt, nicht vergessen Ab 19 Uhr live von der Leopoldstraße In der Socceria Oder die Socceria hier auf Radio Feuerwerk Mit DJ Dondade und DJ Benny Bianco Ab 19 Uhr betragen wir live Und vielleicht sehen wir uns ja auch Ja, ab 19 Uhr In der Buddha-Lounge In der Leopoldstraße Würde mich freuen Euch jetzt noch einen schönen Abend Viel Spaß mit Infofon Mit der Kathi und der Mel Die haben sicher auch wieder viele tolle Themen Für euch auf Lager Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen Bis dahin, eine schöne Zeit Ciao und servus sagt der Dominik Bis zum nächsten Mal